Hallo und herzlich Willkommen zu meiner allerersten ASMR-Meditation. Eine kleine Kurzmeditation für dich, um kurz vom Alltag auszusteigen, dich zu entspannen, neue Energie und Lebensfreude zu tanken, um dann wieder in deinen Alltag zurückzukehren. Liege oder setze dich bequem hin, komme zur Ruhe und schließe deine Augen. Atme zu Beginn tief in den Bauch ein. Halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Sehr gut. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen. Die Luft kurz anhalten. Und lang wieder ausatmen. Lass deinen Atem nun wieder ganz normal fließen. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem. beim Ein- und Ausatmen. Ein und Aus. Ein und Aus. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Du musst jetzt nichts tun und nichts leisten. Spüre, wie du mit jedem Ausatmen immer tiefer und tiefer in die Entspannung sinkst. Atme weißes, heilendes Licht in deinen Herzraum hinein ein. Und atme alte, verbrauchte Energie aus. Weißes Licht in den Herzraum einatmen. Und verbrauchte Energie aus. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Lass die Gedanken einfach wie Wolken vorüberziehen. Und halte Licht an ihnen fest. Konzentriere dich dann einfach wieder auf meine Stimme und deinen Atem. Ausatmen. Stell dir nun vor deinem inneren Auge ein großes Gartentor vor. Es ist umrangt von wunderschönen Rosen. Und es schwingt jetzt für dich auf und lädt dich ein, deinen inneren Garten zu betreten. Du gehst deinen Kiesweg entlang. Und lass deiner Fantasie nun freien Lauf, wie dein innerer Garten ausschaut. Welche Blumen sind dort gepflanzt? Welche Bäume wachsen dort? Apfelbäume oder Kirschbäume. Lauf durch deinen Garten hindurch und entdecke ihn. Und wenn du die Erdbeeren findest, kannst du auch gerne eine waschen. Genieße die Farben deines Gartens und die bunte Vielfalt. Lausche den Geräuschen in deinem Garten, dem Summen der Bienen, dem Wind in den Blättern der Bäume. Und vielleicht hörst du auch ein paar Fügel zwitschern. Und auf deinem Weg entdeckst du jetzt deine Bank an einem kleinen Teich. Und dort setzt du dich jetzt hin und machst dir ganz bequem. Halt dein Gesicht in die Sonne und lass dich von ihr wärmen. Spüre, wie die Sonne dich energetisiert, doch deine eigene innere Sonne aktiviert. Diese befindet sich ungefähr zwei Finger breit über deinem Bauchnabel. Dort ist der Sitz des Nabelchakras, deine kleine persönliche Sonne. Spüre die Wärme der Sonne auf der Haut. Lausche die Geräusche deines Gartens. Und atme jetzt einmal tief ein und nimm die wohligen Gerüche in dich auf. Genieße diese Hauszeit. Genieße es gerade nichts tun zu müssen, an nichts denken zu müssen, nichts leisten zu müssen. Sollten sich solche Gedanken einschleichen, dann schieb sie einfach wie die Wolken am Himmel vorbei. Schieb sie weg. Sag Tschüss bis später. Kannst die Augen jetzt auch wieder öffnen und schau mal auf den kleinen Teich, wie sich die Sonne in der Oberfläche spiegelt. Wie wunderschön das glitzert. Da ist auch eine Libelle. Und noch eine. Vielleicht ein kleines Libellenbärchen. Und nun steh wieder von der Bank auf und beginne deinen Rückweg. Bleib noch mal kurz an einer Rose stehen. Und atme noch einmal ganz tief ihren Duft ein. Und dann geh den Weg zurück, den du gekommen bist. Das wunderschöne Gartentor mit den Rosen siehst du schon in der Ferne. Verabschiede dich so langsam von deinem inneren Garten. Bedanke dich dafür, dass du dich hier kurz ausruhen konntest und neue Kraft tanken konntest. Sei dankbar für die Schönheit deines inneren Gartens. Für seine Reinheit. Für den Frieden, der du darfst. Nun tritt wieder durch das Gartentor und stelle dich darauf ein, um es hier und jetzt zurückzukehren. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Und nun atme noch einmal tief in den Bauch ein. Nimm frische, neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Spüre für einen Moment noch den Gefühl der Entspannung nach. Und starte dann mit diesem Gefühl der Leichtigkeit und der Lebensfreude in deinen Tag. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du dieses Video likest und mir einen Kommentar hinterlässt, wie dir diese Meditation gefallen hat. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.